Ich möchte gerne starten mit meinem kleinen Vortrag und starte mal mit einem Bild und möglicherweise werden Sie sich jetzt wundern, was hat eigentlich dieses Bild mit dem Thema führenden Distanz zu tun. Wir sehen hier die Schleuse, sagte ich gerade und ich erinnerte mich an der Stelle auch in der Vorbereitung des Vortrags, dass wir gerade auch seit nicht nur einem Jahr, sondern auch im Feld der Kindertagesstätten immer wieder mit Übergangs- und Veränderungsprozessen zu tun haben und Manfred Griebel vom Staatsinstitut für Frühpädagogik in München hat in seinem Transitionsmodell Übergänge beschrieben mit einer Fahrt durch eine Schleuse und wenn ich mich so ein bisschen auch mit diesem Bild beschäftige, Sie als Führungskräfte und nahezu eigentlich alle auch im Februar, März letzten Jahres kommen aus einem relativ ruhigen Gewässer. Die Fahrt da war Ihnen bekannt und im Megaturbodurchlauf sind Sie in dem Moment geschleust worden in ein ganz neues Gewässer und ja mit neuen Regeln, mit neuen Aspekten, wo Sie sich jetzt immer wieder durchaus auch auseinandersetzen, was ja macht als Führungskraft einfach auch die Rolle und die Funktion im neuen Gewässer aus. Und ich fand diese Metapher an der Stelle von Wilfried Griebel für den Anfang auch ganz gut, weil wenn wir das neue Gewässer betreten, dann müssen wir miteinander auch immer wieder gucken, was für Herausforderungen begegnen uns eigentlich, was für Besonderheiten an der Stelle tauchen da auf und wir müssen gucken, wie wir uns anpassen auf ganz unterschiedlichen Ebenen und an der Stelle sozusagen auch ins Gelingen wieder auch investieren. Und das soll ein bisschen auch mein roter Faden werden für den Vortrag. Ich werde als erstes mit Ihnen wirklich auch in das Feld der Herausforderungen gucken und werde an der Stelle ein Stück darauf schauen, was sind denn die Besonderheiten. Insbesondere wenn es um die Führung auf des Dongs geht. Ich werde dann mit Ihnen einen Blick darauf werfen, ja, was an der Stelle bedeutet das eigentlich auch für Leitung, also mit welcher Haltung oder mit welchem Rollenverständnis ist es auch bedeutsam sozusagen, sich auf den Weg zu machen. Ich werde auf das Thema Kommunikation und Kooperation mit Ihnen schauen und ich werde an der Stelle ja auch einen Blick werfen auf Ressourcen und Rahmenbedingungen, also immer wieder auch vielleicht ein paar Impulse geben fürs Gelingen. Und wenn es mir gelingt, ein großes Thema ein bisschen handlicher zu kriegen, vielleicht auch ein Stück zu entdramatisieren oder sie zu ermutigen und zu inspirieren, vielleicht aber auch zu bestätigen, dass sie in ihrer Führungsrolle schon gut im Fahrwasser sind, dann haben wir an der Stelle ein gutes Ergebnis. Und ich freue mich auf die nächsten Schritte sozusagen im roten Faden. In Vorbereitung meines Vortrags habe ich etliche Leitungskräfte angemailt, mit denen ich lange Zeit zusammenarbeite, die ich kenne, Einrichtungen, Leitungskräfte, die ich viele Jahre begleite und habe darum gebeten, mir ein, zwei, drei Fotos zuzusenden. Und insbesondere Fotos, die abbilden, Assoziationen mit der Herausforderung führen in des Dongs. Und ich habe weitaus mehr Fotos zugeschickt bekommen, als ich verwenden konnte, sonst würde es auch den Rahmen hier sprengen. Herzlichen Dank an der Stelle einmal so an die Leitungskräfte, die da mitgemacht haben. Und ich habe unter anderem auch die Rückmeldung gekriegt, die Fotos zu produzieren, hat ein bisschen nochmal auch Leichtigkeit geschafft in doch einer sehr schweren Zeit. Also in dem Sinne, danke an alle Leitungen. Und wir gehen mal weiter und ich nehme Sie einmal mit nach Hannover. Das erste Foto, zwölf Fotos übrigens, habe ich ausgewählt, die uns jetzt erwarten. Das erste Foto kommt von Frau Zizek-Skriboleit aus dem Familienzentrum Maximilian Kolbe in Hannover. Und Sie sehen an der Stelle, da stehen ein paar Säcke, so, ne, da wird ausgemistet, da wird neu gelesen. Und ich glaube, die erste Herausforderung sozusagen, auch die Beschreibfrau Zizek-Skriboleit, Neuorientierung auf allen Ebenen war im neuen Gewässer, ne, wenn ich mal mit der Metapher von Griebel auch weiter denke, angesagt. Und die daraus resultierende Fragestellung oder die Fragestellungen eigentlich, die Führungskräfte sich immer wieder stellten, war, wie gestalte ich eigentlich meine Führungsrolle aus? Welche Führungsinstrumente, die, ne, vielleicht auch bewährt sind, die kann ich bewahren? Was brauche ich aber möglicherweise auch anderes? Was muss weg oder was muss ich an der Stelle ausmisten? Entschuldigung, jetzt aber in die andere Richtung. Auch Frau Zimmermann von der Kindertagesstätte Mörderer Nüst hat ein sehr humorvolles Bild geschickt, ne, die Augen verbunden. Und Frau Zimmermann hat dem Bild auch einen Titel gegeben und hat geschrieben, ich musste mich durch die Verordnungen durchtasten, auch wenn ich manchmal im Blindflug bin. Und wenn wir das einmal noch reflektieren, dann können wir an der Stelle auch feststellen, natürlich stellen Leitungen sich auch die Frage, gerade, ne, in dem Moment auch in dem Veränderungsprozess oder bei so Übergegen oder wenn neue Herausforderungen stehen, von dem bekomme ich eigentlich Klarheit, um meinen MitarbeiterInnen auch einen sicheren Rahmen zu geben und auch Orientierung in diesem Zusammenhang. Und das werden Sie wahrscheinlich auch immer wieder selber in Ihren Kontexten erleben. Gerade auch das Thema Pandemie schaffte ja in dem Moment sehr viel Unsicherheit auch bei MitarbeiterInnen, wo ganz viel Erwartung auch an Leitungskräfte war, gib uns den Rahmen, gib uns Sicherheit. Aber Frau Zimmermann sagt's, ne, wenn ich selber mich da durchtasten muss, ist das eine große Herausforderung. Ein nächstes Bild hat die Kindertagesstätte der Kindergarten rechts und weg zugeschickt. Und ja, da sehen Sie eine Person mit einem Fernglas sozusagen. Der Titel für dieses Bild, so die Führung der MitarbeiterInnen musste überdacht werden. Und in dem Zusammenhang, ja, das haben wir ja schon irgendwie auch festgestellt bei Frau Zietzeck-Sriboleit so in Hannover, die Fragestellung hier an der Stelle aber viel mehr im Fokus und die Herausforderung, was traue ich den MitarbeiterInnen eigentlich zu, wenn wir nicht mehr täglich unterwegs und zusammen sind, wie viel Leitungspräsenz ist eigentlich notwendig oder was passiert eigentlich mit mir, auch als Leitungskraft, wenn ich nicht mehr alles im Blick haben kann. Also ein Stück ist das ja auch ein Eigenprozess, der herausfordernd ist. Ich gehe mal in das nächste Bild, ähnliche Fragestellungen, fragt sich auch Frau Trennab, sie ist Kita-Verbundsleiterin von Abo-Einrichtungen in Norden, also auch an der Küste in Ostfriesland und Kita-Fachberaterin. Und Frau Trennab sagt, der Bildungsauftrag sollte natürlich auch weiterhin gut im Blick bleiben. Sie sehen irgendwie dieses humorvolle Bild, Frau Trennab in ihrem Homeoffice, also auch nicht vor Ort in der Einrichtung. und die daraus resultierende Frage, wie kann das eigentlich gelingen, wenn ich nicht alltäglich vor Ort bin und das im Blick habe, was vor Ort auch stattfindet. Frau Hoheise, ich habe Sie gesehen vorhin, Sie sind auch in die Konferenz gekommen, also Sie sind jetzt auch Teil des Vortrags, sagt in dem Moment, die Distanz nimmt natürlich auch Einfluss auf die Kooperation nicht nur in den Teamkontexten zwischen Leitung und Team, sondern auch nimmt Einfluss auf die Kooperation mit Familien. Und die Frage, die in dem Moment auch steht, ist, wie erhalten und gestalten wir eigentlich diese Zusammenarbeit, was an neuen Möglichkeiten können wir schaffen, um uns vielleicht auch nicht zu entfremden. Und ähnliches Thema bewegt Herrn Wagner aus der Kindertagesstätte Konrad Bosweg vom Deutschen Roten Kreuz, der in seinem Besprechungskontext ganz allein steht, keine Mitarbeiterin und an der Stelle vor Ort und sich auch an der Stelle fragt, nicht nur Entfremdung, sondern wie gestalte ich eigentlich jetzt auch zukünftig in Distanz reflexive, aber auch kommunikative Prozesse mit meiner Crew. Ja, und hier sehen Sie schon das nächste Bild aus der Kindertagesstätte Rechts- und Wilk, Herr Ebbing, ist stellvertretende Leitung da im Haus. Der hat schon eine Antwort für sich gefunden. Also er wird virtueller. Also er sagt irgendwie, wenn wir uns nicht mehr im gewohnten Besprechungskontext treffen, dann werden wir virtueller. Aber wie das manchmal so ist, aus der Antwort ergeben sich auch wieder gleich die nächsten Fragen und Fragen, die da bewegen ist, wie funktionieren eigentlich Videokonferenzen, Zoom, Sendcall oder was auch immer uns zur Verfügung steht, wie medienaffin sind eigentlich auch die Mitarbeiterinnen, wie steht es um die technische Ausstattung und wenn sie nicht vorhanden ist, wo bekommen wir eigentlich die Hardware her? Also Herausforderungen sozusagen der Vielfalt. Hier nochmal ein Bild aus Wittmund. Da sehen Sie wirklich auch zwei Mitarbeiterinnen, die versuchen, Kommunikation und Kontakt zu erhalten und vielleicht auch irgendwie neu zu erfinden. Die Frage, die da an der Stelle auch nochmal auftauchte, ist, wie wird diese Distanz eigentlich auch in Zukunft auswirken auf die Beziehungen untereinander und vielleicht auch ein Stück auf die Kultur innerhalb der Teams und was können wir eigentlich auch tun, um da sowas wie Verbundenheit in einer vielleicht auch guten Kultur zu erhalten? Einmal nach vorn bitte, die Präsentation, noch ein Bild aus dem Kindergarten Mordor-Bonnüst, Frau Zimmermann nochmal, hier sozusagen mit mehr Blick, nicht mehr der Blick verdeckt, aber das Zitat oder der Titel des Bildes von Frau Zimmermann, Infos gehen nun per Papierflugzeug in die Gruppen, per Papierflugzeug in die Gruppen. Und die Frage an der Stelle auch, wie gestalte ich eigentlich den Informationsfluss in der Einrichtung und welche Möglichkeiten haben wir da in dem Moment zur Verfügung? So, drei Bilder habe ich noch. Hier sehen Sie einmal noch ein Bild aus Emden, Frau Strübing mit ihrem Kollegen, die an der Stelle auch so darüber nachgedacht hat, Kontakt im Abstand und auch die Beziehungen waren neu zu gestalten, aber an der Stelle auch die Frage, was braucht es für Strukturen und was braucht es sozusagen für Settings, damit an der Stelle ich auch den Mitarbeiterinnen sozusagen erhalten bleibe und auch wir irgendwie so eine verlässliche Kontaktkultur gestalten. Das vorletzte Bild ist nochmal aus Hannover und zeigt etwas, was Frau Zietzek-Skribulat sagt, informelle Kontakte, nicht unwesentlich sozusagen auch, wenn man täglich vor Ort gestaltet, man Pausen gestaltet, vielleicht auch die gemeinsamen Mittagspausen, die fehlen und dabei sind diese informellen Kontakte sozusagen auch wirklich sehr wichtig und die Frage, die daraus resultiert, ist in der Tat, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, bei Distance sozusagen auch diese informellen Kontakte zu erhalten oder auch zu schaffen und ein letztes Bild auf der Ebene der Herausforderungen ist aus dem Pinguin-Kinder, aus der Pinguin-Kinder-Tagesstätte in Aurich, Frau Giesenberg, ich arbeite mit dieser Einrichtung schon viele Jahre zusammen, sagt natürlich an der Stelle auch, die eigenen Emotionen galt es im Griff zu halten und eine Frage, die da bedeutsam ist, was brauche ich eigentlich auch als Leitung in dem Moment, in diesem gesamten Kontext, in den unsicheren Gewässerlagen eigentlich, um mit all den Herausforderungen und auch Spannungsfeldern umgehen zu können und ja, wie halte ich eigentlich sozusagen auch diese Spannungsfelder aus. Wenn wir es einmal ein Stück zusammenfassen und auf die Besonderheiten von Führung auf des Dongs gucken, können wir an der Stelle einfach feststellen und nochmal sozusagen aus den Bildern reflektieren, weniger eigene Beobachtungen sind möglich, persönliche Begegnungen finden seltener statt, die Stimmungen bei Mitarbeiterinnen und in den Teams sind schwer wahrnehmbar, die Begegnungen sind nicht spontan in Besprechungen wandelbar, wenn man sich so unterwegs trifft oder so mal zwischendurch, das ist anders, Kommunikation findet überwiegend über Technik oder seltener mit allen Mitarbeiterinnen statt, eine Beurteilung der Leistung von Mitarbeiterinnen ist schwieriger und ein informeller Austausch findet seltener statt, wie wir gerade aus Hannover nochmal auch gesehen haben und die Kommunikation miteinander ist anders. Ich würde gerne im nächsten Schritt mit Ihnen sozusagen weitergehen und auf die drei Facetten gucken, weil ein Stück nochmal wirklich auch zu schauen ist, was braucht es denn für eine Haltung auch von Leitungskräften, vielleicht auch sozusagen im Blick auf sich selbst, aber auch sozusagen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was braucht es sozusagen an der Stelle auch für die neuen Felder der Kommunikation, des Besprechungswesens oder im Kontakt zu bleiben und was braucht sozusagen an der Stelle auch nochmal an Ressourcen und Rahmenbedingungen. Ja, und an der Stelle eine der wichtigen ersten Garanten Führung auf des Dongs ist für mich vor allen Dingen eine Frage der Haltung. Und wenn ich nochmal so in meine Praxis gucke, begegneten mir im letzten Jahr und ja durchaus auch immer noch oder mir begegnen ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, ganz unterschiedliche Menschen, die natürlich auch mit ihren Herausforderungen ganz anders umgehen. So wenn man so eine Skala aufbauen würde, sind es Menschen durchaus eine ganze Menge, die Herausforderungen annehmen, die mit Lust und Leidenschaft sozusagen auch neue Systeme entwickeln oder an der Stelle auch Menschen natürlich die Herausforderungen gerade auch als doch sehr problematisch und versehen mit einer Schwere auch bewegen und wo ich manchmal an der Stelle auch denke, ja, da vielleicht an der Stelle auch in so etwas wie der Problemtrance kommen, wo wir einmal uns fragen sollten immer wieder oder auch Leitungskräfte sich fragen, wie gehe ich als Leitung eigentlich mit den Realitäten um, schaue ich an der Stelle sehr problemorientiert mit vielleicht an der Stelle auch der Gefahr in die Schwere zu kommen oder an der Stelle auch problemorientiert ist ja durchaus auch herausfordernd im Mitarbeiterinnen-System, dass sich schwere und schwere Systeme miteinander verknüpfen und ich erinnerte mich an der Stelle an Ben Vormann, den ich sehr schätze, vielleicht kennen Sie den, der auch sozusagen systemisch lösungsorientierte Programme entwickelt hat zur Begleitung von Kindern, aber auch von jungen Erwachsenen und Erwachsenen, der sagt, wir sollten als erstes das Problem an der Stelle wirklich aus unserem Sprachgebrauch streichen und sollten an der Stelle sagen, es sind Herausforderungen, weil das impliziert sozusagen Herausforderungen durchaus sind bewältigbar und es geht natürlich in dem Moment auch in diesem eigenen Veränderungsprozess als Leitung darauf, durchaus Vertrautes zu verlassen, Bewährtes aber auch zu erhalten, um Neues zu entwickeln und in dem Sinne die drei wichtigsten Fragen, die Ben Vormann an der Stelle uns auch immer wieder auf dem Weg mitgibt an sich selbst, nehme ich die Herausforderungen eigentlich an, habe ich Lust am Dazulernen und Lust an der Weiterentwicklung und möchte ich die Nuss eigentlich placken, also so ein Stück die Orientierung am Erfolg. Die zweite Ebene ist, wie blicke ich als Leitung eigentlich grundsätzlich auf meine Mitarbeiterin. Andere Kampfun in den Bildern auch irgendwie so versteckt mit dem Fernglas, aber da geht es um die Frage auch des Zutrauens, nämlich in Lernfähigkeit, in Begeisterungsfähigkeit, in die Fähigkeit mitzudenken, in das Zutrauen in Kreativität und Lösungsfähigkeit, in die Fähigkeit Verantwortung mitzuübernehmen oder auch natürlich in die Vielfalt der Fähigkeit und Kompetenz. Ich sage dazu immer irgendwie, ein Stück ist das auch Schwarmintelligenz, also vertraue ich auch den einzelnen meiner Crew, dass die wirklich in dem Moment auch einen Teil des Ganzen und vor allem auch eine Energie durchaus auch entwickeln können, die Dinge und Herausforderungen, die vor uns liegen, auch mitzuentwickeln und anzupacken. Und ich gehe noch in einen kleinen weiteren Schritt, weil ich erinnerte mich und viele von uns kennen Gerard Hüther, der natürlich sehr viel an der Stelle auch auf die Bildungs- und Lernprozesse von Kindern guckt. ich habe einen Link eingefügt, der hat einen kleinen Film, wo es wirklich auch um den Blick auf Führung geht und Gerard Hüther an der Stelle, also den Film, ich habe ja entschieden, den Film nicht zu zeigen, das würde den Rahmen sprengen, aber vielleicht haben Sie Lust sozusagen, sich den im Nachhinein auch einmal anzugucken. Gerard Hüther sagt, ganz unabhängig sozusagen von Pandemie oder nicht, die Arbeitswelt hat sich eh verändert und er benutzt auch die Begrifflichkeiten sozusagen, dass die Menschen sozusagen an der Stelle etwas anderes brauchen, also es geht nicht mehr ums Arbeit abarbeiten, es geht nicht mehr um Belohnung, Bestrafung, es geht nicht mehr ums Eses-Treiben, so wie Gerard Hüther es an der Stelle sagt, sondern es geht vielmehr um so etwas wie eine Führungskultur, und er hantiert natürlich an der Stelle immer mit Begrifflichkeiten und da verknüpft sich auch so mein Blick auf das Thema Zutrauen bei Mitarbeiterinnen nämlich, inwieweit braucht es eine Führungskraft und da sagt Gerard Hüther, die auch in Stärke ist, die an der Stelle sozusagen auch die Menschen zusammen sammelt, einlädt, ermutigt, inspiriert und begeistert. Das sind die Vokabeln, die wir eigentlich aus den kindlichen Lernprozessen kennen, was sozusagen auch die Rolle der Erwachsenen ist, aber die können wir hier übersetzen, also es braucht eine Führungskraft, die den Mitarbeitern sozusagen etwas zutraut, sie einlädt, ermutigt, inspiriert und begeistert und an der Stelle auch Vorbild ist. Und in dem Sinne geht es um schon auch eine Veränderung in der ja vielleicht auch in dem eigenen Führungsverständnis und in der eigenen Haltung im Blick zu sich selbst, aber an der Stelle sozusagen auch in dem Blick auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und damit das gelingt, ist an der Stelle etwas bedeutsam, nämlich der zweite elementare Faktor für erfolgreiches Führen in des Dongs neben der Haltung und dem Blick auf die Menschen und auf mich selbst als Leitungskraft ist und bleibt gute Kommunikation. Ich habe vor ja gleich einem Jahr also zu gleicher Zeit einen kleinen Beitrag für das NIEF geschrieben, der veröffentlicht wurde, nämlich eigentlich an die Adressaten der pädagogischen Fachkräfte, nämlich bleiben sie mit den Familien in Kontakt am Anfang der Pandemie und ich würde aus heutiger Sicht sozusagen diesen Artikel, weil da habe ich oder durchaus auch durch die Regeln der Pandemie bedeuten eigentlich die Botschaft zu sagen, bleiben sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kontakt. Das bedeutet an der Stelle, dass ein regelmäßiger Austausch wirklich unbedingt auch und essentiell weiter erhalten bleiben muss. Die Frage ist natürlich wie findet ein solcher Austausch statt und wir gucken ja gleich auch nochmal sozusagen in die medialen Richtungen aber da geht es um das Klären von Arbeitsaufgaben und Anforderungen es geht um auch das Aufgreifen des Wohlbefindens sozusagen der Teammitglieder in den auch weiterführenden Prozessen und führen auf des Dongs erfordert auch einen Austausch weiterzuführen in der 1 zu 1 Situation also zwischen Leitung und der jeweiligen Mitarbeiterin oder an der Stelle auch in kleinen Team Kontexten und was mir da besonders wichtig ist das erleben sie ja wahrscheinlich auch immer wieder in den Kontexten bei ihnen vor Ort dass eine Kommunikation regelmäßig verlässlich und offen wenn sie erhalten wird sozusagen auch bedeutsam ist nicht nur um zielorientiert oder inhaltlich zu arbeiten sondern auch Unsicherheiten und Ängste in gerade solchen Veränderungsprozessen mit Mitarbeiterinnen oder bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verringern kann und wenn wir da etwas dick und rot an der Stelle unterstreichen ist gute Kommunikation zu initiieren einzufordern und kontinuierlich umzusetzen umzusetzen und bleibt Führungsaufgabe auch in Distance wenn wir einmal noch in die Praxis blicken das sind so auch Sammlungen von aus Leitungscoachings aus meiner Zusammenarbeit mit vielen anderen Einrichtungen was wird da gemacht also natürlich die wöchentlichen Teammeetings werden auch erhalten beziehungsweise ich habe nochmal den Impuls auch gegeben sie wöchentlich in dem Moment wirklich auch vielleicht umzusetzen per Webkonferenz oder als Hybridformat also mit Menschen die vor Ort sind aber vielleicht auch an der Stelle zugestaltet werden mit klaren Regeln also das was sie aus den Besprechungsstrukturen und Kulturen auch kennen es braucht eine Tagesordnung es braucht eine Besprechungsstruktur es braucht ein Protokoll und an der Stelle auch eine Dokumentation und vielleicht an der Stelle sozusagen auch vielmehr eine Klarheit dass da vielleicht an der Stelle auch deutlich wird es geht nicht mehr nur um Themen die sie bearbeiten oder die Teams mit den Leitungskräften zusammen bearbeiten sondern vielmehr auch um die Definition von Personen die Themen bearbeiten es geht an der Stelle um regelmäßige Meetings von Kleinteams Projekt oder Themengruppen auch immer wieder sozusagen mit einem klaren Auftrags Fokus mit klaren Regeln mit oder ohne Leitung es geht durchaus auch um das Erhalten von Dingen die durchaus wichtig sind also viele Einrichtungen auch vor der Pandemie haben sich am Morgen durchaus das sind ja auch durchaus Rituale für den Start getroffen es es ist durchaus auch möglich an der Stelle täglich kurzen Treff auch virtuell sozusagen zu organisieren für das Neuen am Morgen und was die Empfehlung ist gerade auch wenn Menschen sich nicht alltäglich sehen vielmehr in Distance sind durchaus auch diese Besprechungsstrukturen Kulturen um Kurzmeetings zu erweitern also durchaus Mittag oder Nachmittag oder am Feierabend und das gern auch täglich für ein Blitzlicht also was ist gelungen wo bin ich im Prozess was fordert heraus oder auch durchaus welche Unterstützung brauche ich von wem wann und sie erinnern sich an die Bilder am Anfang wo immer wirklich auch Fragen waren nicht nur das Inhaltliche zu bewegen sondern auch etwas zu erhalten nämlich wir befinden uns in einer gemeinsamen Kultur wenn wir da an der Stelle nochmal gucken was für eine Rolle nehmen Leitungen in diesen Besprechungen ein ändert sich eigentlich nicht wirklich auch was zu dem wenn es nicht virtuell ist also in Präsenz natürlich auch eine gastgebende Rolle weil sie als Leitung ermöglichen den Mitarbeiterinnen und allen Akteuren vor Ort Zeit und Gelegenheit zur Besprechung zu haben es sollte viel mehr an der Stelle im Besprechungssystem auch darum gehen Sinn zu vermitteln also wenn wir das neue Gewässer an der Stelle auch mit den neuen Herausforderungen in der inhaltlichen Arbeit befahren dann braucht sozusagen eine Auseinandersetzung was ist an der Stelle so bedeutsam was ist an der Stelle sinnvoll weil wir kennen natürlich auch dass wir Motivation von außen nicht vermitteln können aber wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sinn verstehen und eine Bedeutung verstehen ist es eine hohe Chance sozusagen auch dass intrinsische Motivation sich entwickelt also Energie an der Stelle auch entfacht wird mitzugehen und in dem Sinne ist eine wichtige Rolle innovative kreative Fähigkeiten anzuregen und insbesondere bei Führen in Distance das was uns auch in dem Moment nicht neu ist aber durchaus es in diesem Kontext in dieser Nuance nochmal sehr sehr bedeutsamer wird vielmehr an der Stelle auch zielorientiert zu arbeiten also Ziele zu klären ich erinnere an die smarte Zielformulierung also vielmehr an der Stelle auch wirklich zu klären wer macht was bis wann wo mit wem und die Fäden auch in der Hand zu halten sozusagen für nachfolgende Ergebnisüberprüfung und Reflexion weil das an der Stelle sozusagen auch so bedeutsam ist sich vielmehr über die Arbeit auch zu verknüpfen und an der Stelle auch für Mitarbeitende dann auch in den Kontexten die Fäden weiterzuführen und wieder auch zusammen einzubringen eine letzte Rolle das hat Gerhard Hüther ja schon an der Stelle auch gesagt es geht um die Vorbild Funktion weil wir auch davon ausgehen Mitarbeiterinnen orientieren sich fachlich und menschlich natürlich auch an ihnen als Leitung ich gehe einmal noch auf eine kurze andere Ebene nämlich welche Erfahrung bietet die Praxis für informelle Treffen in Distance das ist etwas was natürlich bei Besprechungssituationen Teambesprechungen Dienstbesprechungen durchaus auch immer Praxis war Menschen kommen ein bisschen früher Menschen gehen ein bisschen später und haben vor und nach der Besprechung einfach ein Stück mehr Zeit Es ist immer möglich an der Stelle auch Konferenzsysteme ein paar Minuten vorher zu öffnen beziehungsweise offen zu halten das sind Möglichkeiten für den informellen Austausch und jetzt kommen so zwei Dinge die klingen zwar komisch sind aber an der Stelle sozusagen Möglichkeiten auch zu erhalten virtuelle Mittags- und Kaffeepausen oder vielleicht auch die Verabredung für ein virtuelles Feierabendbierchen Und das Interessante ist, dass ich immer wieder auf Leitungskräfte treffe, die auch mir natürlich sagen, Herr Schwarz, ich bin da irgendwie immer sehr kontaktorientiert ich brauche immer irgendwie dieses Gegenüber und ich merke aber schon wenn dann so neue Dinge ausprobiert werden kommen dann aber auch wieder Rückmeldungen Es ist zwar gewöhnungsbedürftig aber irgendwie auch interessant und es klappt und wir nutzen zumindest einmal auch diese Erweiterung der Möglichkeiten um in Distance zu bleiben Ich gehe noch mal ein Stück weiter und verknüpfe noch mal Kommunikation mit Vertrauen und habe für uns hier einmal einen kurzen Erfahrungsbericht einer Führungskraft zusammengefasst die an der Stelle sagt und ich glaube das ist so wichtig weil die Veränderung an der Stelle auch bei Führen in Distance ist natürlich vielmehr auch eine Vertrauenskultur zu entwickeln weil ich als Mitarbeiterin oder weil ich als Führungskraft die Mitarbeiterin sozusagen wirklich ja immer nicht alltäglich vor Ort habe und an der Stelle auch besuchen kann oder mitbekomme was an der Stelle stattfindet die Führungskraft sagt ich frage mich immer mal wieder kann ich meinen Mitarbeiterin trauen und vielleicht missbrauchen sie die Freiheitsgrade wenn ich sie nicht im Blick habe dann gibt sie sich die Antwort dann sage ich zu mir nein denke das nicht denn schon dieser Gedanke wirkt sich negativ auf das Miteinander aus und das Misstrauen überträgt sich auf die Beziehung ich habe für mich entschieden mich an den Ergebnissen meiner Mitarbeiterin zu orientieren da kommt so ein Stück auch irgendwie die Bedeutung viele Dinge miteinander auch zu erarbeiten aber auch zielorientiert zu führen fallen Ergebnisse nicht so aus wie wir es besprochen haben frage ich erst nach den Hintergründen das ist ein Reflexionssystem also Dinge wieder aufzugreifen und darüber an der Stelle wirklich auch ins Gespräch zu kommen ich erlaube meinen Mitarbeiterinnen den Weg selbst zu bestimmen über den sie zum Ergebnis kommen auf mich kommt es an Aufträge gut zu klären und Parameter mit Mitarbeiterinnen zu erarbeiten woran wir gute Ergebnisse erkennen werden ja und da sehen sie Auftragsklärung Zielklärung und an der Stelle auch zu klären was soll bei rum kommen kommen also woran erkennen wir an der Stelle dass wir in dem Moment wirklich gute Ergebnisse produziert haben und die Führungskraft sagt ich stehe natürlich auch meinen Mitarbeiterinnen zwischendurch zur Unterstützung zur Verfügung wenn sie mich brauchen das finde ich einen starken Satz und ich habe nochmal für mich auch gedacht da ist schon noch eine Veränderung nicht die Führungskräfte fragen sozusagen irgendwie Sachstände ab also laufen sozusagen den Ergebnissen hinterher sondern die Mitarbeiterinnen sind auch in der Verantwortung in dem Moment über Sachstände zu berichten und da merken wir dass Kommunikation an der Stelle sozusagen auch wirklich so bedeutsam ist für Klärungsprozesse und an der Stelle auch eine Investition ist sozusagen in dem Moment auch für den Prozess von Entwicklung oder die Erklärung was 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 wir vorhaben ich komme zu einem dritten und letzten Faktor für erfolgreiches Führen auf Distance und das ist natürlich die Nutzung der digitalen Ressourcen und die Frage die in dem Moment sozusagen wirklich ja auch steht ist wie steht es allerdings um die Hardware und die digitale Kompetenz in den Kindertagesstätten und ich würde Sie jetzt einladen an der Stelle einmal sich zu beteiligen und an einer kleinen Umfrage nämlich zu drei Fragen für Ihre Einrichtung eigentlich über den Zugang zum schnellen Internet wie zufrieden sind Sie eigentlich mit der Ausstattung an digitalen Geräten in Ihre Einrichtung und macht Ihnen die Arbeit mit digitalen Medien eigentlich Spaß und ich bin total neugierig was so jetzt auch das Ergebnis sein wird Die Befragung passt an dieser Stelle ganz gut Schwarz weil auch im Chat gerade nochmal eine Diskussion entbrannte wie mit der Unterschiedlichkeit von Mitarbeiterinnen umgegangen wird die eher affiner sind oder weniger affin sich manchmal verweigern sich mit digitalen Medien zu beschäftigen oder sie überhaupt zu nutzen und sich auch gar nicht damit auseinandersetzen wollen und der Frage was ist denn wenn ich Prokita nur einen Laptop habe also das heißt wir haben das Thema Ausstattung als Thema aber auch wenn wir einigermaßen ausgestattet wären was ist dann mit der Motivation das auch zu nutzen also sieht jetzt so aus als ob die Ergebnisse schon stehen Ja und was Sie sagen ist natürlich an der Stelle wenn ich die zweite Frage einmal aufgreife um digital zu führen kommen wir nicht drum herum sozusagen uns wirklich auch genau die Fragen der Ausstattung anzugucken da wo keine Ausstattung ist wird es an der Stelle wirklich einen Einfluss nehmen die erste Frage die finde ich an der Stelle immer wieder spannend und da kehre ich gern immer noch mal ein Stück zurück zu Gerhard Hüther der ja an der Stelle irgendwie mit einer Gelassenheit sagt naja alle Menschen sind mit einer unbändigen Lust und Leidenschaft auf die Welt gekommen zu lernen so und an der Stelle sagt er das ja auch und bezieht das auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich glaube an der Stelle gilt es möglicherweise auch ein bisschen Lust und Leidenschaft und Feuer zu entfachen auch in den gemeinsamen Lernprozess zu gehen und ich glaube manchmal auch so diese Widerstände sich neuen Dingen zu stellen oder vielleicht auch den digitalen Medien zu stellen ist schon auch mit im Gepäck also ich glaube Leitungskräfte dürfen dieses Spannungsfeld auch ein bisschen aushalten und in dem Moment auch zuversichtlich aber auch in sowas wie die Entfachung einer inneren Motivation bei den Mitarbeiterinnen kommen genau Also interessant ist ja finde ich jetzt dass wir 47% haben die ganz zufrieden mit der Ausstattung sind aber 53% auch nicht also das heißt da ist noch richtig viel zu tun aber dass 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 die 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 digitalen Medien Spaß macht 93% sagen das ist etwas wo ich nicht heftigst im Widerstand bin und wo ich das in meine Arbeit integriere das ist finde ich ein Statement und deutlich für Träger an dieser Stelle wahrzunehmen Ich finde ich gucke gerade sozusagen auch nochmal ein Stück ich habe jetzt so über mir zwei Studien die ich nicht mit exemplarisch eingebunden habe einmal von Helen Knauf 2019 aber auch die Studie der Kita Leitungskonferenz 2020 und ich gucke gerade 67% sozusagen sind mit der Geräteausstattung nicht zufrieden gewesen und nur 33% zufrieden nun könnte man sagen natürlich haben wir ja auch eine Teilnehmerinnen Gruppe die an der Stelle durchaus auch Geräteausstattung hat sonst wären sie nicht in dieser Konferenz man kann aber an der Stelle auch sagen es hat sich seit 2019 möglicherweise auch was getan auch gerade Internet schnelles Internet Kita Leitungskonferenz 61,1% kein schnelles Internet 61% schnelles Internet und 38% kein schnelles Internet also vielleicht macht das ein bisschen Hoffnung ich habe heute gerade gelesen dass auch der Ausbau im ländlichen Raum in Ostfriesland sozusagen weitergeht was die Internetleitung auch betrifft habe ich aber kein Internet letztens mit einer Leitungskraft im Emsland zu tun gehabt die konnte sich auf keine Webkonferenz einlassen die hat auch kein Handynetz also das sind an der Stelle durchaus auch Gegebenheiten da muss unbedingt nachgebessert werden interessant finde ich die 93% macht an der Stelle Lust und macht Spaß wo ich irgendwie auch denke diese Zurückhaltung in dem Moment in den letzten vielen Jahren auch so im Feld der Kita wenn es um die Nutzung der digitalen Medien geht aber da hat sich viel getan und ich hatte gestern erst gerade ein Niefbeleitungscoaching online ich fand es so berührend die Leitungskräfte aller Altersgruppen die ganz Jungen aber auch die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach Lust entwickeln und zum Schluss noch sagen an der Stelle bevor wir das nächste Mal in Präsenz wieder mit Mundschutz und großen Abstandsregelungen da sind haben wir einfach Lust sozusagen auch medial weiterzuarbeiten also ich glaube da das ist und entspricht ja vielleicht ein Stück auch der inneren Haltung Lust und Spaß und Freude ist immer ein guter Begleiter sich den Herausforderungen zu stellen Ja gut danke erstmal so für die Herr Mack ich muss die Umfrage jetzt einfach wieder rausnehmen Ja Ja so können Sie beenden Alles klar so ich da waren wir gerade ich habe einmal noch beim Niefbe angerufen um mich da nochmal zu beraten und habe einmal Frau Gießenberg in der Pinguin Kindertagesstätte in Aurich angerufen und habe gesagt was an der Stelle gibt es in dem Moment auch wenn es um das Nachlegen sozusagen den Ausbau der digitalen Infrastruktur geht und was für Möglichkeiten haben eigentlich an der Stelle auch die Einrichtungen die Führungskräfte die Träger jetzt auch digitale Infrastruktur auszubauen Ich habe ein Angebot aus Niedersachsen ich weiß wir sind hier natürlich auch besucht aus ganz unterschiedlichen Bundesländern aber der Digitalbonus sozusagen über die N-Bank ein ganz attraktives Angebot fördert digitale Infrastruktur bis zu maximal 10.000 Euro und ist in dem Moment wirklich auch für Vereine und Gemeinnützige Körperschaften da Zuschüsse bis 70 Prozent Frau Giesenberg sagte aber auch noch mal zu mir Leitungskräfte sind da an der Stelle auch aufgefordert offensiver zu sein und an der Stelle wirklich auch auf der Trägerebene aber auch auf der kommunalen Ebene ihren Bedarf sozusagen zu signalisieren und vor Ort auch immer wieder zu schauen was gibt es und wo an der Stelle sozusagen werden auch Zuwendungen oder werden auch Mittel bereitgestellt die die Voraussetzungen sozusagen der digitalen Infrastruktur auch in dem Moment ermöglichen und der dritte Impuls war erweitern sie ihr Netzwerk um Expertinnen für IT das ist auch an der Stelle für mich immer wieder beeindruckend zu erleben wie durchaus auch in der Elternschaft oder wie durchaus auch im Trägersystem jetzt auch die ITler bemerken dass durchaus auch eine Kindertagesstätte mit in einer kommunalen Trägerschaft zu deren Wirkungsfeld gehört und da auch an der Stelle unterstützen also ein Stück offensiver ein Stück gucken aber jetzt gibt es Möglichkeiten in dem Moment auch wirklich darauf zurückzugreifen Ich würde gerne jetzt so langsam auch dem Ende zu gehen und Blick mit Ihnen nochmal in die Praxis was hat sich getan was ist an der Stelle sozusagen passiert und natürlich an der Stelle sind die Teamsitzungen auch digitaler geworden das ist ein Bild aus der Pinguin Kindertagesstätte die digitaleren Meetings natürlich auch Konferenzen finden natürlich auch durchaus virtueller Stadt das ist nochmal ein Bild aus Hannover und darauf auch zu erkennen es darf auch durchaus Spaß machen zumindest ich hatte letztens eine Erfahrung das war ein Team mit dem ich mich virtuell getroffen hatte und wo ich so dachte ja das ist immer sehr dynamisch manchmal an der Stelle sozusagen auch machen mit arbeitende viele Dinge auf einmal diese Web Konferenzen haben auf einmal dazu geführt dass diese Besprechung oder die Reflexion ganz diszipliniert war also es hat doch eine andere Struktur und ja die Konferenzen sind virtueller geworden über Zoom über Sendcall und an der Stelle durchaus auch abgesichertere Systeme bezüglich des Datenschutzes Mitarbeiterinnen sind in hoher Eigenverantwortung gefragt und vernetzen sich selbst vor Ort in Einrichtungen oder auch mit den Kollegen die gerade wo anders sind also die Hybrid Lösungen sozusagen in dem Sinne die auch möglich sind hier noch mal ein Bild aus der Kindertagesstätte und eben diese Eigenverantwortungssysteme da ist das was ich irgendwie auch aus dem kommunikativen Prozess aus dem Haltungsprozess sozusagen speist wenn ich wenn die Mitarbeitenden loslegen dann wachsen die auch über sich hinaus und die Mitarbeiterin die wir gerade sozusagen auch sehen mit der sprach ich auch im März und die sagte das macht total Spaß uns als Mitarbeiterinnen auch und wir merken irgendwie dass wir immer wieder über uns hinaus wachsen dass wir Ungeahntes an der Stelle irgendwie auch anpacken was wir nie im Leben gedacht hätten und vor allem aber auch da eine Wertschätzung kriege eine Wertschätzung in der Elternschaft eine Wertschätzung durch Leitung aber auch eine Wertschätzung durch den Träger oder durch andere Kolleginnen und Kollegen also eigentlich irgendwie auch ein systemisch interessantes Feld was sich daraus auch entwickelt Besprechungen in Präsenz bleiben immer noch wichtig hier kommen noch mal humorvolle Bilder noch mal von Frau Ahrens aus Hude aus der Kindertagesstätte Viktobur oder auch aus der Kindertagesstätte Regenbogen Rauder Feen Besprechungen in Präsenz bleiben immer noch wichtig auch wenn es durchaus ein außergewöhnlicher Rahmen ist und Herr Betten den wir hier rechts im Bild sehen eine junge Leitungskraft mit dem sprach ich und er brachte für mich sozusagen eine interessante Anregung und sagte die neuen Möglichkeiten der Kommunikation sollen alles andere nicht ersetzen sondern verbessern und ergänzen ich fand das noch mal wirklich einen interessanten Blickwinkel und das auch noch mal dick zu unterstreichen all diese Zeit oder auch das Führen in Distance heißt nie in dem Moment nur virtuell zu werden oder Präsenz an der Stelle auch weg zu rationalisieren aber die Chance ist zu verbessern und zu ergänzen die Herausforderungen mit der Technik sorgen für Verzweiflung sind aber manchmal auch überwindbar sagt Frau Meier vom Kinderschutzbund Wittmund hier noch mal ein Bild von Frau Ahrens das Muster an der Stelle auch mit in die Präsentation rein manchmal braucht das vier arme Uhren und die Fähigkeit fürs Multitasking aber an der Stelle auch die Einladung für Leitung immer wieder auch in eine eigene Struktur und die eigene Klarheit zu investieren und ich hatte vor kurzem einen kleinen Filmbeitrag gesehen wo da an der Stelle auch der Impuls noch mal kam es braucht nicht nur Online-Zeiten oder Erreichbarkeitszeiten sondern auch Offline-Zeiten ich glaube die Leitungskräfte machen da an der Stelle aber auch eine vielfältige Arbeit zur gleichen Zeit also gerade im medialen Kontext sich um die Prozesse zu kümmern um die Menschen um den sozialen Prozessen um den Kommunikativen um die Technik um das Thema ich glaube an der Stelle Planen Sie Bürger auch Pausen kann man sagen Frau Kurz von der Kindertagesstätte Rechts- und Wegleitung Homeoffice und Webkonferenzen gehören inzwischen zum Leitungsalltag und bieten sogar Vorteile ja auch noch mal sozusagen ein humorvolles Bild Frau Kurz sagte ich habe mir extra sozusagen meinen Jogginganzug angezogen obwohl mal eine Mitarbeiterin mich fragte Herr Schwarz wenn Sie so irgendwie in die Webkonferenz gehen ziehen Sie sich dann auch so an als würden Sie zur Arbeit gehen ich habe gesagt ja das mache ich weil ich auch ein Gefühl haben möchte ich gehe zur Arbeit hier in dem Moment das humorvolle Bild von Frau Kurz ein letztes Bild aus den Einrichtungen Frau Kassens von der Kindertagesstätte Archen große Feen nochmal ein sehr auch humorvolles Bild da können wir an der Stelle irgendwie auch den Untertitel wählen bewahren Sie in dem Moment wirklich auch Humor und Leichtigkeit und das machen die Kolleginnen auch in der Form des Kontaktes den Sie jetzt gerade gestalten was mir wichtig ist an der Stelle auch nochmal wenn wir ins Jahr 2021 gucken Ihnen zu sagen als ja Führungskräfte als Leitungen Sie sind an der Stelle nicht allein auch Sie erhalten weiterhin Unterstützung von den Leitungskolleginnen von den Fachberaterinnen die heute ja auch zahlreich wie ich hörte hier mit in der Konferenz sind durch unter anderem auch das Niefbe Niedersachsen oder durch andere Bildungsträger aber auch durch Supervisorinnen und Coachinnen und ich glaube das ist sozusagen etwas wenn wir uns an den Anfang zurückerinnern sich immer wieder zu klären immer wieder eine Haltung zu klären immer wieder auch zu gucken wie gehe ich sozusagen in diesen Spannungsfeldern auch um etwas was mir so sehr wichtig ist sorgen Sie in dem Moment für sich wenn von Ihnen so viel abverlangt ist in dem Moment auch generell als Führungskraft aber auch sozusagen im Kontext der Pandemie oder in den neuen Gewässern wo es eher um Distance auch gehen wird sorgen Sie für sich das Fazit gute Führung bleibt gute Führung Führung auf Distance braucht eine andere Akzentuierung mir ist wichtig an der Stelle zu unterstreichen vieles von dem was Sie praktiziert haben was Sie kennen was Sie an der Stelle im Gepäck haben was Sie vielleicht noch an unbewusster Kompetenz haben das können Sie an der Stelle behalten vielleicht braucht es eine andere Akzentuierung gute Führung braucht Überzeugung und Haltung das ist ein Stück das wo Hüther auch sagt an der Stelle Haltung heißt auch die ein Stück abzugeben Überzeugung zu haben die man auch im System der Mitarbeiterinnen reingibt um es auch da weiterzuentwickeln jede und jeder kann auf Distanz führen die Voraussetzung ist das Wissen um die eigenen Stärken Ressourcen Lernfelder Führung auf Distanz braucht Reflexionsfähigkeit und Lernbereitschaft wo ich immer sage es ist glaube ich irgendwie auch gehört zu den Arbeitswelten wir kommen nicht um Veränderungsprozesse und Weiterentwicklungsprozesse drumherum deswegen auch Führung auf Distanz fordert Anpassungsbereitschaft und eine Fähigkeit die wo ich finde immer auch eine Fähigkeit ist als wichtige Fähigkeit führen auf Distanz braucht Ambiguitätstoleranz also die Fähigkeit sozusagen unterschiedliche Meinungen Sichtweisen auch zu akzeptieren Mehrdeutlichkeiten Niedersprüche zu akzeptieren und eben nicht in die Emotionalität oder in vielleicht auch die ins Unwohlsein zu gehen sondern um es an der Stelle auch anerkennen zu können Ja wenn wir gerade bei der Ambiguitätstoleranz sind Ups habe ich jetzt als Abschluss für Sie vielleicht noch etwas Kleines Humorvolles wenn es mir denn gelingt und ich würde gern Sie einladen so empfinde deinen Sitzplatz vielleicht magst du dich in den Schneidersitz hinsetzen oder du sitzt gerade auf einem Stuhl dann lass deine Füße Hüft parallel auf dem Boden stehen fühl die Fußflächen auf dem Boden leg die Hände auf deinen Schoß so ab dass deine Schultern entspannen die Wirbelsäule ist gerade aber entspannt Nimm dir noch einen Moment Zeit und dann lass dich ganz tief einatmen und wenn du soweit bist dann sprich mir einfach nach Ich rech mich nicht auf 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 Ich riech mich nicht auf. 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 Und das kannst du so beliebig lange weitermachen, bis der Lockdown vorbei ist. Viel Freude. Gerne weiterleiten. Ja, in diesem Sinne möchte ich Ihnen einfach wünschen, verlieren Sie bei all dem nicht den Humor und Ihre Leichtigkeit. Aber ich hätte gerne noch zwei Aspekte ergänzt. Einmal bewahren Sie Ihre Neugier als Leitung, auch die Herausforderungen anzupacken, mit Freude anzupacken, um Neues zu lernen, um über sich hinaus zu wachsen. Und vertrauen Sie auch auf die Ressourcen, nicht nur Ihre, sondern auch Ihrer Crew im Sinne der Schwarmintelligenz, wie ich vorhin ja auch schon mal gesagt habe, sind das wichtige Ressourcen. Ja, und trauen Sie Ihren Mitarbeiterinnen zu, inspirieren Sie und ermutigen Sie Ihre Crew, mit Ihnen gemeinsam zu gehen. Und damit wäre ich sozusagen am Ende des Vortrags und sage mal, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Frau Schmidt-Hot, jetzt da sind Sie alles da. Herr Schwarz, vielen Dank. An dieser Stelle rauscht es, ich will nicht sagen ein Blätterwald, aber über den Chat kommen viele Rückmeldungen, dass Menschen, die hier teilgenommen haben, sich an der Stelle inspiriert fühlen von dem, von den Anregungen, die Sie gegeben haben. Ein Hello, ein Applaus. Ich lese auch gerade auch sehr schön. Sie lesen einfach mit. Gern, dann gab es da noch Fragen aus dem Chat. Ja, ich glaube ja, dass Mutmacher-Vorträge auch gerade jetzt gut sind für alle die, die in diesem Umbruch und Schnellreaktionspositionen sind. Und das sind ja ganz viele und vor allen Dingen heute ja auch die Führungskräfte. Es waren so drei Bereiche, die im Chat diskutiert wurden. Der eine war, dafür müssen wir wahrscheinlich eine extra Veranstaltung machen. Aber welche Erfahrungen gibt es, ich sage mal, aus der Führungsrolle heraus, so interpretiere ich das jetzt mal, Elternabende und Elternveranstaltungen gemacht zu haben. Also worauf muss ich als Leitungskraft insbesondere achten, wenn ich Eltern, ja, Dialoge, Elternkommunikation, Elterninformationen gestalten will. Vielleicht sagen Sie dazu noch ein paar Sätze. Also ich sage mal, was gerade gedanklich bei mir ankommt, ist natürlich sind die Regeln im neuen Gewässer auch geprägt. Das hatte, glaube ich, Frau Hoheise mit ihrem Bild auch nochmal so an diesem Fenster, Pausen, Lüftungszeiten, Notbetreuung so deutlich gemacht. nimmt einen Einfluss auf die Kooperation. Ich selber war ja viele Jahre im Referententeam Elternschance ist, Kinderschance und da ging es auch um die Qualifikation der Elternbegleiterinnen und Elternberaterinnen. Also das ist eins meiner Themen, die ich auch so bedeutsam finde, gerade die auch zu erhalten. Die neuen Regeln an der Stelle nehmen da Einfluss, dass an der Stelle diese Settings auch anders zu gestalten sind. Die Rückmeldung, die ich aus der Praxis gekriegt habe, sind natürlich an der Stelle auch neue Medien zu nutzen. Also das Thema Kita-App an der Stelle auch zu nutzen für Kommunikation. Das, was ich gehört habe, gerade auch gestern in dem Leitungscoaching mit den Leitungskräften, dass auch solche Prozesse über Zoom inzwischen gestaltet werden. also das selbst auch, das, was sich wahrscheinlich auch spiegelt, nicht nur die Profis Lust haben, sondern wir auch eine Generation inzwischen haben, die damit einfach klarkommt. Also wo ich schon wiederum denke, mal angenommen, wir denken mal zwei Jahre weiter, sind das vielleicht an der Stelle auch die Kommunikationsmittel, wie Herr Betten gesagt hat, die junge Leiter, die an der Stelle durchaus auch Ergänzungen bringen. Also da Elternabende, Elterngespräche, Entwicklungsgespräche auch durchaus über das Mediale, aber durchaus auch in Präsenz zu erhalten. Okay. Also ich glaube ja, dass man an der Stelle auch ganz mutig sein darf und ja auch Testphasen einbauen kann. Man kann ja auch mit gewissen Eltern mal so gucken, was so geht und muss sich an der Stelle sehr darüber bewusst sein, was man mit denen macht, wo einfach es andere Hürden gibt, die für diese Eltern zu bewältigen sind. Also entweder technische Ausstattung oder vielleicht auch sprachliche Hürden. Also ich glaube, da muss und darf man ja auch ein bisschen probieren und es muss nicht sofort alles perfekt klappen. Das Zweite. Darf ich da noch einen Satz zu sagen, Frau Schmidt-Huth? Ja, gerne. Also das trifft ja an der Stelle auch unser Vielfaltsthema. Und es trifft an der Stelle sozusagen vielmehr auch dialogisch zu bleiben, vielmehr die Dinge nicht in Stein zu meißeln und vielmehr an der Stelle auch partizipativ zu bleiben. Also etwas gemeinsam auf den Weg zu bringen, es miteinander auch zu reflektieren, ob es praktikabel ist oder ob es durchaus auch hilfreich ist und vielleicht an der Stelle auch zu verstehen, nicht alles ist für alle. Also wir haben jetzt die Chance in dem Moment durchaus auch zu sagen, die Bandbreite hat sich erweitert, also indem wir für uns auch neue Ressourcen und neue Möglichkeiten geschaffen haben, vielleicht auch in der Erreichbarkeit oder in der Kommunikation mit ganz vielfältigen familiären Systemen. Aber ich vermute ja, dass es wirklich bei den Elternschaften auch sehr unterschiedlich sein wird, wie im Moment, dass, ich sag mal, aus den Filmbeiträgen das Homeschooling ist, dass das bei den Kita-Familien, also bei den Kita-Kindern nicht so viel anders sein wird und da gute kreative Lösungen zu finden, bleibt herausfordernd. Der zweite große Bereich, der im Chat so stattgefunden hat, war nochmal so, Mensch, wo gibt es denn noch, ich sag mal, Unterstützung, um die Ausstattung aufzupinden? Da gab es Hinweise aus den einzelnen Bundesländern. Ich würde ja mal an erster Stelle sagen, das ist eine Trägerverantwortung, wo Sie, und da will ich Ihnen jetzt gar nicht vorausgreifen, Herr Schwarz, aber wo Sie als Leitungskräfte einfach auch an der Stelle deutlich Druck machen können und sollten. Genau. Da würde ich Mut machen und trotzdem wurden im Chat ein paar Adressen zusammengetragen. Nehmen Sie es mit in die Leitungsrunden, würde ich an der Stelle sagen und wenn Sie das jetzt gerne noch ergänzen möchten, welche Erfahrungen haben Sie dazu? Ich habe ja an der Stelle eine kleine Lanze auch dafür gebrochen, als Leitungskraft auch nicht allein zu bleiben, also an der Stelle wirklich sich auch zu vernetzen, also im Sinne des Wissensmanagements, im Sinne eines lernenden Systems und auch zu vernetzen. Frau Giesenmeich sagte noch mal, irgendwie auch Berlin organisiert über den Kreis des Kita-Preises durchaus auch Vernetzung und Erfahrungsaustausch. Also es gibt ja vor Ort im Kleinen auf kommunaler Ebene, auf Landesebene wie das Niefbau oder auch durchaus Bundesebene die Kontexte, also an der Stelle neugierig zu bleiben und zu gucken, wo kriege ich was her. So und dem Träger auch auf die Füße zu treten, in der Tat. Ja, hier kommt noch mal so der Hinweis, wenn, ja, ich sage mal, einem Lackenmann in die Hose greifen, ne, wenn keiner, wenn da nichts ist, wenn dann, dann kann man auch nichts bekommen. Das ist sicher bei den Gemeinden so und dann gemeinsam gut zu gucken. Also ich glaube, dass es da im Moment auch Unterstützungsmöglichkeiten in einer Öffentlichkeit gibt, die man auch gemeinsam als Öffentlichkeit herstellen kann. Die dritte Perspektive, das finde ich noch mal eine spannende, auch für Sie bestimmt interessante, supervisorische. Was ist denn, wenn ich mein Team dahinbröseln sehe? Also ich habe einen Teil des Teams, die mit den neuen Medien gut umgehen, die sich zu Fortbildungen online, wie hier zum Beispiel zu NIF-Bevorträgen etc. anmelden und andere, die komplett aussteigen. Das heißt, mir bricht mein Team ein bisschen auseinander und ein Teil des Teams geht mir verloren. Was würden Sie den Leitungskräften raten? Ich würde an der Stelle noch mal Ihre Worte hinterfragen, also bröselt das wirklich oder gehen die wirklich verloren oder kann man an der Stelle auch sagen, Menschen in dem Team sind an unterschiedlicher Stelle. Also ich finde das noch mal irgendwie raus aus der vielleicht auch Bewertung, weil alles macht ja irgendwie auch Sinn. Also wenn eine Mitarbeiterin durchaus auch in den Widerstand geht oder wenn eine Mitarbeiterin sagt, ich bin da noch nicht, also dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Eine Haltung an der Stelle ist glaube ich an der Stelle bedeutsam als Führungskraft auch zu erwarten, dass wir vorangehen. Also da ändert sich ja nichts, also irgendwie auch ein gewohntes Ziel zu entwickeln und vielleicht irgendwie noch zu differenzierter zu sein. Was brauchen denn Einzelne? Weil wir haben natürlich auch Vielfalt innerhalb des Teams. Wo können die Menschen innerhalb eines Teams im Sinne von Schwarmintelligenz, im Sinne von Vernetzung auch ein System wiederherstellen, sich zu unterstützen, also auch Herausforderungen in dem Moment zu bewältigen und ich glaube, das sind die Momente, wo ich auch so denke, das sind vielleicht nicht mehr die informellen Dinge, sondern das sind vielmehr auch Chancen für Verknüpfungspunkte, um sich gegenseitig auch zu unterstützen oder zu helfen, die Anti-Bröse-Kampagne oder wie auch immer man das nennen kann. Also es muss ja gar nicht Brösel. Haben Sie da noch einen praktischeren Tipp? Also finde ich jetzt ein bisschen abstrakt. Also der Blick aufs Team ist der, das ist Brösel, das sagt die Leitungskraft und ich nehme die Haltung ein an der Stelle, den einen Teil zu lassen und zu sagen, okay, ich nehme wahr, dass ihr da gerade noch nicht seid und ihr wollt voran. So, da bin ich ja als Leitungskraft in dem ständigen Balanceakt und diesen Balanceakt anzunehmen, das meinen Sie? Genau, also anzunehmen, dass es an der Stelle sozusagen Unterschiedlichkeiten gibt, um erstmal nicht in die Bewertung zu gehen, weil die Bewertung ermöglicht mir ja als Leitung durchaus auch nochmal andere Ideendeutungen oder wie auch immer zu erfahren, was ist denn da? Also ich bin manchmal auch sehr in supervisorischen Prozessen unterwegs, den Dingen einen anderen Namen zu geben, also bröselt es eigentlich wirklich oder ist da jemand noch nicht dabei oder ist jemand ein Stück auch abgehängt oder ist jemand an der Stelle an ganz unterschiedlicher Stelle, weil, keine Ahnung, irgendwie persönliche Dinge oder Sachen Einfluss nehmen, ich muss es explorieren, also ich muss es an der Stelle besprechbar kriegen und ein Stück enddramatisieren, um an der Stelle auch zu gucken, was braucht die Einzelne, was braucht der Einzelne und wie kann ich an der Stelle auch das Team und die anderen Nutzen in dem Moment miteinander auch nicht ins Bröckeln oder Bröseln zu investieren, sondern in Entwicklung. Frau Hatzenbüder, ja Bühler nennt das gerade und wenn jemand nicht mit durch die Schleuse kommt, also wenn ich in dieser Krise eine Mitarbeiterin verliere, weil sie an der Stelle das nicht mitarbeiten kann und will, dann frage ich mich an der Stelle sozusagen, ob es da ein anderes Thema gäbe. Also, wir haben das durchaus erlebt, also ich habe auch Leitungskräfte erlebt, gerade auch so in den Coaching- oder in den Supervisionsprozessen, die ja genau das an der Stelle auch zum Thema gemacht haben, die an der Stelle auch natürlich einen sehr kritischen Blick auf Haltungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werfen und wo wir an der Stelle auch sehr genau immer wieder auch daran gearbeitet haben, ja was habt ihr für eine Haltung als Führungskraft oder was hat auch durchaus der Träger von der Erwartung, wie jetzt im neuen Fahrwasser umgegangen wird. Also, das bedeutet ja, wenn jemand nicht mitgeben möchte, heißt das auch, jemand möchte nicht mehr arbeiten oder jemand möchte sich auf die neuen Kontexte nicht mehr einladen und ich erinnere mich an eine, auch eine junge Führungskraft, das fand ich eine interessante Geschichte, der auch an der Stelle gesagt hat, ich habe eine Crew, die einen, die gehen mit, die anderen an der Stelle sagen, will ich nicht und da fragte ich in dem Moment, naja, was ist denn an der Stelle sozusagen jetzt der Impuls und er sagte, naja, eigentlich gibt es so zwei Türen, die eine Tür ist und die unterstütze ich gerne miteinander in dem Moment auch in sowas wie Entwicklungsprozesse zu gehen, die andere Tür steht aber, das war auch so am Anfang des Lockdowns, für Kurzarbeit oder durchaus auch für die Entscheidung, etwas anderes anzugehen, also wo ich auch so manchmal mich frage, wie viel Verantwortung in dem Moment und für was übernehmen Führungskräfte auch Verantwortung, aber es ist auch eine Verantwortung von Mitarbeiterinnen und ich will nicht sagen, dass ich mich an der Stelle auch sehr gut nachvollziehen kann, dass es herausfordernd ist für Mitarbeiterinnen. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist natürlich dieser Teil, alle müssen auf jeden Fall mitgenommen werden, damit wir kein Dilemma und keine Notsituation in der Grundausstattung und Grundbesetzung, Personalausstattung etc. haben. Das bleibt ja. Hier ist gerade noch mal ein Vorschlag gekommen, den finde ich sehr sympathisch, auch mit Tandems an der Stelle zu arbeiten und diese Unterschiedlichkeit des Tempos oder der Bereitschaft, sich darauf einzulassen, sich quasi Balou und Du als Team an der Stelle ermöglichen. Ich finde ja an der Stelle auch immer wieder, Leitungskräfte müssen auch nicht alles wissen oder müssen nicht alle Dinge vordenken, sondern viel offener an der Stelle auch in den Prozess zu gehen und zu gucken, wie kriegen wir das hin. Das ist ja auch eine Haltung, die ich klären muss als Führungskraft, möchte ich eigentlich mich von dieser Mitarbeiterin verabschieden auch noch nicht und im seltensten Fall wollen wir uns ja verabschieden. Es geht ja eher um die Fragestellung auch, wie kriegen wir da auch Menschen mit und auch eine innere Motivation. Aber das sind durchaus Ressourcen innerhalb des Teams und wo ich immer denke, wenn die Teams drüber nachdenken und auch die Leute drüber nachdenken, die es betrifft, dann erfinden die auch solche Möglichkeiten. Also hier im Chat wird auch gerade noch mal diskutiert, dass das eine intergenerationale Chance ist, also jungen Mitarbeitern einfach, also wenn sie es denn können, in der Anwendung und im Miteinander, im Mitälteren, ja, da diesem pädagogischen oder diesem praktischen Bereich der Kommunikation gut zu überlassen. also das Zutrauen an der Stelle so zu formulieren. Ich bin in dem Vortrag noch an einer ganz anderen Stelle hängen geblieben. Sie haben vorhin gesagt, Leistungsbeurteilung verändert sich. Hat auch was am Rande mit dem Thema Zutrauen zu tun. Es gibt aber ja die Verantwortung, Leistungs, also irgendwie sicherzustellen, zu bewerten, Qualitätskonzepte etc. Ich würde Sie gerne nach so ein paar Kriterien fragen, die vielleicht jetzt, ich sage mal, auf einer Distanz den Blick auf das Thema Leistung von Teams nochmal ein bisschen verändern. Also wie kann man da auch drauf gucken? Na, ich habe an der Stelle ja bei diesem Erfahrungsbericht der Führungskraft auf einen Satz deutlich gemacht, also das ist vielmehr erforderlich, auch die Parameter im Vorfeld zu definieren und auch miteinander zu klären, woran erkennen wir eigentlich. Und wenn wir dann an der Stelle im Prozess, nachdem wir vereinbart haben, auch wieder zusammenkommen, dann können wir vor dem Hintergrund auch der Parameter, die wir definiert haben, schon auch erkennen, sind wir jetzt erfolgreich. Also es sind auch reflexive und dialogische Prozesse. Ich muss es an der Stelle auch gar nicht mehr sehen. Und ich merke ja an der Stelle auch, wie viel Energie bringt eine Mitarbeiterin rein, vielleicht hat sie es noch nicht in dem Maßstab erreicht, aber ich merke an der Stelle, dass vielleicht das Ergebnis noch nicht erreicht ist, aber sehe ja auch das Engagement oder das, was in diesem Prozess noch stattfindet. Ich bin da sehr der, wirklich der Freund auch für dialogische Prozesse und im Vorfeld auch klar zu vereinbaren, woran erkennen wir. Das ist ein Vorgehen, der sich mit Ben Vormann auseinandersetzt und mit diesem Schaffsprogramm. Das ist ja eigentlich nichts anderes oder auch so wie in dem Kontext der Hilfen zur Erziehung gearbeitet wird. Die Hilfeplanung, die ist sehr deutlich auch operationalisiert. Was wollen wir denn an der Stelle schaffen? Was sind die Ziele? Woran erkennen wir? Um dann an der Stelle auch zu definieren, welche Etappen in dem Moment laufen wir eigentlich? Und was ist mein Part dabei? Das sind Verantwortungsklärungen. Das ist eine andere Formen durchaus auch. Das sind Interaktions, oder es erfordert eine andere Interaktion, es erfordert eine andere Kommunikation zwischen Leitung und Mitarbeiterin. Und das ist für mich aber auch Führung. Können wir auch noch mal ein anderes Fass aufmachen? Wie viel Führung findet denn generell statt? Nicht nur sozusagen in Distanz oder was ist das eigene Führungsverständnis? Ich glaube, das sind auch so Dinge, die sehr genau in den Blick genommen werden müssen und immer wieder auch reflektiert werden müssen. An der Stelle vielen Dank. Ich gucke noch mal auf den Chat, da ist ein bisschen Dialog entstanden, der aber glaube ich sich noch mal auf die Fortbildung bezieht und noch mal Mut macht, auch für Elternbeiratssitzungen, Eltern- und Familienangebote, wo man sich gewundert hat, wie groß das auch, also wie gut das auch funktionieren kann. Also Bestpraxis sozusagen und Erfahrung. Ja, unbedingt. Das ist so schön. Genau, also an der Stelle wirklich ist das ja ein Erfahrungswissen. An dieser Stelle würde ich total gerne ans Forum überweisen. Wir haben ja auf unserer Internetseite vom NIFPA auch ein Forum mit unterschiedlichen Themen, wo wir dieses Thema und generell die Themen der NIFPA-Vortragsreihe auch weiter diskutieren können. Den Chat stelle ich mal in, den Link stelle ich in den Chat. So rum ist es gemeint, wenn Sie Lust haben, sich über bestimmte Themen oder Fragestellungen aus diesem Vortrag noch mal expliziter zu unterhalten, dann verweise ich gerne an das Forum an dieser Stelle. Genau. So, und wir haben jetzt ganz zum Schluss also, ich glaube, wir machen kein neues Fass auf. Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für Sie, auch an Sie als Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!